Und so spürst du nun vielleicht die Liebe Gottes, wie sie durch einen großen goldenen Strahl direkt zu dir in dein Herz hineinfließt. Wenn du es erlaubst und dich hingibst, wirst du spüren, wie es ist, die Nähe Gottes zu fühlen. Denn die Nähe Gottes ist das, was dich schützt und hält. Und Gott ist für jeden Menschen da. Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und es ist an dir zu unterscheiden, was göttlich ist und was es nicht ist. Es liegt an dir, an jedem einzelnen von euch, das Licht in euch zu nähren mit Liebe und Vertrauen. Amen. Amen. Amen.